ADN spricht sich gegen KI-Synchronisationen aus oder will kein originalgetreues Remake von One Piece, die Schöpferin von My Dear Friend Nogotan waren seine Fans und viele weitere interessante Themen erwarten euch heute. Mein Name ist Stefan und das hier sind die Otaku-News. Lasst uns loslegen! ADN hat sich vor kurzem über das Business-Netzwerk LinkedIn für Synchronsprecher und gegen künstliche Intelligenz ausgesprochen. Laut ADN hätte die generative KI in der Synchron-Branche in der letzten Zeit immer größere Ausmaße angenommen und die Stimmen von echten Synchronsprechern und Schauspielern synthetisiert. Auch wenn die Ergebnisse mal mehr, mal weniger überzeugend gewesen wären, so sei der Vormarsch kaum aufzuhalten und würde irgendwann womöglich die Synchronisation vollständig ersetzen. Der Anime-Anbieter bezeichnet sich dabei selbst als großer Gegner der künstlichen Intelligenz, da sie nicht nur ethische Grundsatzdiskussionen über den Diebstahl von geistigem Eigentum führe, sondern auch eine schlechtere Qualität der synchronisierten Inhalte zufolge hätte. Durch den Entzug jeglicher menschlicher Sensibilität verschwindet jeder kreative und künstlerische Ansatz und es bleibt nichts weiter übrig als ein reines Konsumprodukt ohne jeglichem Engagement oder einer spezifischen Absicht dahinter. Wollen wir das? Nein. Daher sei es notwendig, die Synchronen-Schauspieler zu ehren und der Synchronisation als Ganzes mehr Aufmerksamkeit zu schenken. In diesem Zusammenhang verwies ADN auf die knapp 230 Episoden, welche man seit 2023 in der französischen Sprache vertont habe. Für sie wäre es eine Herzensangelegenheit, diese Kunst zu bewahren und weiterhin in den Vordergrund zu stellen. Nur wenn man weiterhin mit qualifizierten Dienstleistern und Synchronsprechern zusammenarbeite, könne man den Reichtum und die Vielfalt des künstlerischen Milieus erhalten, so ADN. Auch in Deutschland erstellt ADN übrigens eigene Synchronfassungen ausgewählter Titel. So hat man bereits eine deutsche Synchronisation für Monsters 103 Mercy's Dragon Damnation produziert und zeigt den Anime-Neustart Dundadan ab Oktober zeitgleich auf Deutsch und Japanisch. Crunchyroll hat innerhalb der letzten Tage sein Synchro-Portfolio aufgestockt und bietet ab sofort die Sequel-Serie Fairytale 100-Year-Quest, deren erste Episode ab sofort mit deutscher Sprachausgabe auf Abruf zur Verfügung steht und deren weitere neun Episoden fortan jeden Sonntagabend um 23 Uhr erscheinen, sowie die Serie Bye Bye Earth, von der schon die ersten beiden Episoden auf Deutsch verfügbar sind und die dritte Episode in der Nacht von Freitag auf Samstag um 0 Uhr erscheint, an. Auf dem offiziellen Twitter-Account der Anime-Adoption von Dr. Stone wurden neue Details zur vierten und gleichzeitig letzten Staffel verkündet. Die finale Staffel, welche den Titel Dr. Stone Science Future trägt, startet demzufolge im Laufe des nächsten Jahres im japanischen Fernsehen. Dabei soll sich die TV-Ausstrahlung über drei Chörs, sprich neun Monate, zwischen denen jeweils eine kleine Pause eingelegt wird, erstrecken. Für die Produktion der Fortsetzung des Adventure-Anime ist wie bei den vorherigen Staffeln wieder das Dodo TMS Entertainment verantwortlich, bei dem Shuhei Matsushita erneut die Position des Regisseurs innehat. Netflix hat seinen Katalog in den vergangenen Tagen um zwei neue Anime-Titel erweitert und bietet ab sofort die 14-teilige zweite Staffel der Golf-Serie Rising Impact mit deutscher Sprachfassung sowie in der japanischen Original-Vertonung mit deutschen Untertiteln an. Darüber hinaus können die ersten sechs Episoden des Fantasy-Animes Sakuna auf Rise and Ruin ab sofort im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln auf Netflix geschaut werden. Weitere Episoden werden fortan jeden Samstagnachmittag im SimmoCast dann veröffentlicht. Nachdem My Dear Friend Nogotan mit einem gewaltigen Hype in die aktuelle Summer Season gestartet ist, fallen auch die Bewertungen nach den bislang sechs ausgestreiten Episoden entsprechend aus. Die Internet-Webseite ComicNatalie hatte die Gelegenheit, ein Interview mit der Autorin Oshio Oshio sowie deren Redakteur Joe Igarashi rund um den Manga und seine Anime-Umsetzung zu führen und ergriff diese Gelegenheit genauso schnell wie Nogotan einen Regrecker. Innerhalb des Interviews verrieten beide dann, dass die Entscheidung für eine Anime-Adoption bereits kurz nach dem ersten Manga-Band gefallen sei, was ebenso wie die Bekanntgabe, dass WIT-Studio die Produktion übernehmen würde, bei beiden sowohl für große Verwunderung als auch Begeisterung gesorgt hätte. Aus diesem Grund hätte sie auch nur eine einzige Bedingung an die Verantwortlichen der Produktion gestellt. Dies ist kein Mo-Manga. Also möchte ich, dass sie mit dem Comedy-Aspekt aufs Ganze gehen. Es steht ihnen frei, alles Mögliche aufzunehmen und so umzusetzen, wie es ihnen in den Sinn kommt. Bei den regelmäßigen Drehbuchtreffen hätten dann alle Beteiligten unglaublich viel Spaß gehabt und die wildesten Ideen dann eingebracht, sodass sich Regisseur Ota Masahiko immer wieder gefragt hätte, ob er nicht allmählich zu alt für diesen Beruf sei. Die Idee der CGI-Rehe stammt jedoch von ihm. Im weiteren Verlauf würde auch das ikonische Anime-Opening angesprochen, das auf YouTube schon über 21 Millionen Mal aufgerufen wurde. Laut der Mangaka wäre dieses in lediglich drei Sekunden vom PR-Team entwickelt worden, was irgendwie auch nicht wirklich überraschend ist. Abschließend wandte sich Oshio Oshio mit einer klaren Vorwarnung an die Nokotan-Fans. So werde es keinerlei Romantik in ihrem Werk geben, weswegen auch nur weibliche Charaktere existieren würden. Diese Aussage impliziert somit wohl auch, dass keine und das ist wirklich schade Jury-Beziehungen entstehen werden. Die Anime-Adoption von My Dear Friend Nokotan kann hierzulande bei Grand School, Akiba Pass TV, ADN und Prime Video gestreamt werden. Neue Episoden erscheinen immer mittwochs um 16.30 Uhr. Netflix hat kürzlich ein 20-minütiges Making-of zum neuen One-Piece-Anime veröffentlicht. Durch das erwähnte Making-of führen Regisseur Masashi Koisa, Charakterdesigner und Chief Animation-Director Kiyuchi Asano, Animation-Producer Ryoma Kawamura sowie Wit-Studio-Produzent Tetsuya Nakatake, die alle an dem Remake mit dem Titel The One-Piece beteiligt sind. Thematisiert wurde unter anderem das Mitwirken von One-Piece-Schöpfer Ichiro Oda, welcher den Verantwortlichen bei Wit-Studio eine ziemlich überraschende Anweisung in Bezug auf die Genauigkeit der Adoption des gleichnamigen Manga gegeben hätte. Ich möchte, dass sie alle ihre eigene Arbeiten zum Ausdruck bringen, anstatt einfach den Manga zu kopieren und einzufügen. Oda würde anders als die Mehrheit der Manga-Autoren, die eine originalgetreue Adoption ihres Werkes erwarten, das Team von Wit-Studio dazu ermutigen, über die bloße Nachbildung der ursprünglichen Manga-Adoption in animierter Form hinauszugehen und eigene Ideen einzubringen. Aus diesem Grund hätte man bei der Zusammenstellung des Teams einen außergewöhnlichen Ansatz verfolgt und nur jüngere Mitarbeiter im Alter zwischen 20 und 40 Jahren, welche mit dem One-Piece-Manga sowie dem ersten Anime aufgewachsen sind, ausgewählt. Laut Regisseur Koizuka sei es sehr wichtig, dass man die emotionale Wirkung bestimmter Szenen aus dem Originalwerk verstehen würde. Denn die Herausforderung des Remakes bestünde nach den Anweisungen von Oda darin, die gleichen Gefühle und Eindrücke bei den Fans hervorzubringen, die sie auch beim erstmaligen Lesen des Manga verspürt hätten. Ein schwieriges Unterfangen, welches man aber gemeistert hätte. Somit würde das Team nun aus den passenden Leuten bestehen, die mit One-Piece bestens vertraut seien. Kein Wunder also, dass Koizuka und auch das gesamte Team schon jetzt von einem Langzeitprojekt, das über die bestätigte East-Blue-Sage hinausgeht, träumen. Doch um dies zu verwirklichen, müsste das One-Piece-Remake einen entsprechenden guten Anklang bei den Fans finden. Was haltet ihr von Ichiro Odas Forderungen und die Art und Weise, wie die Verantwortlichen des One-Piece-Remakes nun damit umgehen? Lass es uns unten in den Kommentaren gerne wissen. Durch die Öffnung einer offiziellen Webseite zur Anime-Adoption des Hamidashi Creative Visual Novels von Madosoft wurde ein Key-Visual des Anime, die Hauptdarsteller, das Team, der Titelsong und Künstler, sowie ein Teaser-Werbe-Video und das Primären-Datum bekannt gegeben. Die Premiere des Anime findet voraussichtlich am 3. Oktober auf dem Kanal von Tokyo MX statt. Der Titelsong des Anime, HAYO NEW WORLD, wird von Mego Sakuragawa gesungen. Ihre Stimme kennt ihr unter anderem als Ako Odagawa aus Bang Dream My Go oder auch Zubasa Kira aus Love Life School Idol Project. Die Anime-Serie wird hierbei von Hayabusa Film in Zusammenarbeit mit Frontier Engine und der Generalregie von Hisayoshi Hirazawa, welcher auch als Tonregisseur des Anime agiert, entstehen. Jige Fukase, der Episodenregisseur von Move Love Alternative und Tomo-Chan is a Girl, führt beim Anime die Regie und ist zudem für das Storyboard verantwortlich. Keiya Nakano entwirft die Charaktere auf Grundlage der Originalcharakterentwürfe von Tsumire Otsunomiya. Nakano ist auch der Chefregisseur der Animation. Ein kleiner Wermutstrupfen hat das Ganze allerdings. Madosoft startete im Juni 2023 eine Crowdfunding-Kampagne, um die Anime-Adoption des Visual Novels zu entwickeln. Das Ziel von 10 Millionen Yen, also ca. 62.000 Euro, wurde auch zwar in 5 Minuten erreicht und die Kampagne endete mit einem Ergebnis von 772.000 Euro, doch das Ziel des Projektes war lediglich die Entwicklung von 12 Episoden mit einer Länge von jeweils 2 Minuten 30. Wer das Spiel nun spielen möchte, muss sich noch etwas gedulden. Sekai Project hat das Spiel bisher ledig auf vereinfachtem Chinesisch veröffentlicht. Plant allerdings, dieses auf Englisch bald schon zu veröffentlichen. Wann dies geschehen soll, ist aber noch nicht bekannt. Das war unsere Otago-News-Ausgabe für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen noch einen Daumen nach oben, Kommentare unten in die Kommentare und ein Abo wäre ebenfalls cool. Drückt dabei auch die Glocke und stellt diese manuell auf alle Benachrichtigungen, um kein Video mehr zu verpassen. Wenn ihr möchtet, dürft ihr uns natürlich gerne auf unserem Discord-Server besuchen, uns per Paypal, Patreon, eine YouTube-Mitgliedschaft oder seit neuestem auch mit einem Super-Sanks unterstützen. Link dazu unten in den Videobeschreibungen oder ganz einfach, ihr teilt dieses Video und empfiehlt uns, euren Freunden, weiter. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao. Ciao. Vielen Dank.